Kira Kelly weinte, als sie aufgrund einer unheilbaren Leukämie von ihrem Ehemann Angelo Kelly getrennt werden sollte. Willkommen auf unserem Kanal, wir bringen Ihnen täglich interessante Videos, die das Leben und Vermächtnis berühmter Persönlichkeiten feiern. Die Nachricht von der Krankheit von Angelo Kelly, einem berühmten Mitglied der Kelly-Musikfamilie, hat die Herzen vieler Fans auf der ganzen Welt berührt. Kira Kelly, Angelos Frau, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie erfuhr, dass bei ihrem Mann Leukämie im Endstadium diagnostiziert worden war. Angelo Kelly wurde in Pamplona, Spanien, als 13. Kind des amerikanischen Lehrers Daniel Jerome Kelly und der amerikanischen Tänzerin Barbara angeboren. Er hat fünf Halbgeschwister und sieben leibliche Geschwister. Die Familie Kelly ist für ihr musikalisches Talent bekannt und gründete die Familienband Kelly Family, die zu einer der beliebtesten Musikgruppen Europas wurde. Schon in jungen Jahren zeigte Angelo eine besondere Leidenschaft und Talent für Musik. Er singt nicht nur, sondern spielt auch verschiedene Musikinstrumente wie Schlagzeug, Gitarre und Klavier. Mit der Unterstützung und Anleitung seiner Familie entwickelte sich Angelo zu einem talentierten und beliebten Künstler. Angelo Kelly heiratete Kira Kelly im Jahr 2005, nach einer langen Zeit des Datings und Werbens. Das Paar hat gemeinsam eine glückliche und herzliche Familie mit liebenswerten Kindern gegründet. Ihre Liebe und Verbundenheit waren für beide immer eine große Motivation. Kira Kelly, eine hingebungsvolle und liebevolle Ehefrau ihres Mannes, war immer an Angelos Seite durch dick und dünn. Ihr Familienleben in Deutschland ist immer voller Lachen und Musik und schafft so ein glückliches und friedliches Umfeld für ihre Kinder. Als Kira Kelly die schlechte Nachricht erhielt, dass ihr Mann an Leukämie im Endstadium leide, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Angelo bedeutet mir die Welt. Wir haben gemeinsam viele Schwierigkeiten durchgemacht, aber dieses Mal war es wirklich zu viel, um es zu ertragen, erzählte Kira mit Tränen in den Augen. Angelo Kelly konnte seine Trauer und Sorge nicht verbergen, als er erfuhr, dass er an einer schweren Krankheit litt. Doch mit einem widerstandsfähigen Geist und Liebe zu seiner Familie beschloss er, bis zum Ende zu kämpfen. Ich werde mein Bestes tun, um diese Herausforderung für Kira und die Kinder zu meistern, sagte Angelo. In dieser schwierigen Zeit erhielt Angelo Kelly starke Unterstützung von Familie, Freunden und Fans. Kellys Familienangehörige standen ihm während des gesamten Behandlungsprozesses immer zur Seite und ermutigten und unterstützten ihn. Kollegen aus der Musikindustrie haben außerdem zahlreiche Auftritte und Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert, um Geld für Angelos Behandlungskosten zu sammeln. In Berlin fand ein großes Benefizkonzert unter Beteiligung vieler berühmter Künstler statt. Das Konzert war nicht nur eine Gelegenheit, Angelos Beitrag zur Musik zu würdigen, sondern auch ein Symbol der Liebe und Solidarität der Gemeinschaft. Trotz einer schweren Krankheit behielt Angelo Kelly stets seinen Optimismus und seinen starken Willen bei. Mit der Unterstützung von Kira und seiner Familie stellte er sich mutig den Herausforderungen, die die Leukämie mit sich brachte. Kira teilte mit, dass die Familie die größte Kraftquelle sei, um Angelo dabei zu helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Die Liebe und Unterstützung seiner Familie hielten ihn motiviert. Wir werden immer an seiner Seite sein und gemeinsam kämpfen, sagte Kira. Trotz schwerer Krankheit versucht Angelo Kelly stets, in den täglichen Aktivitäten Freude und Frieden zu finden. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Familie und genießt wertvolle Momente mit seiner Frau und seinen Kindern. Angelo hat auch Freude an einfachen Alltagsaktivitäten wie Musik machen, schreiben und sich seine Lieblingsfilme noch einmal ansehen. Angelo begann auch, seine Memoaren zu schreiben und hielt im Laufe seines Lebens und seiner Karriere schöne Erinnerungen und wertvolle Lektionen fest. Schreiben hilft mir, mit meinen Emotionen umzugehen und inneren Frieden zu finden, erzählt Angelo. Obwohl sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, planen Angelo Kelly und Kira weiterhin für die Zukunft. Sie hoffen, die Memoaren zu vervollständigen und ihre Lebensgeschichten mit dem Publikum zu teilen. Dieses Buch ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein wertvolles Vermächtnis, das viele Menschen inspiriert. Angelo Kellys künstlerisches Vermächtnis sind nicht nur seine herausragenden Leistungen, sondern auch sein Geist der Belastbarkeit und des Optimismus. Er ist für viele Menschen zu einer Inspiration geworden, insbesondere für diejenigen, die mit Krankheiten und Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind. Angelos künstlerische Werke, von Konzerten bis hin zu Aufnahmen, werden für immer ein wertvolles Vermächtnis sein und kommende Generationen inspirieren. Er hat tiefe Sporen in den Herzen des Publikums und der Künstlergemeinschaft hinterlassen, und sein Geist wird sich weiterhin verbreiten und vielen Menschen Selbstvertrauen und Motivation bringen. Familie, Freunde und Fans werden einen Gedenkgottesdienst in Pamplona abhalten, wo Angelo geboren wurde und schöne Erinnerungen an seine Kindheit hatte. Diese Zeremonie wird eine Gelegenheit für alle sein, Erinnerungen, Geschichten und Hommage an Angelo auszutauschen. Die Lieder, die Angelo einst vorgetragen hat, und die Musikausschnitte, an denen er mitgewirkt hat, werden erneut aufgeführt und sorgen für eine feierliche und emotionale Atmosphäre. In seiner Erklärung teilte ein enger Freund von Angelo mit, Angelo ist nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein wunderbarer Mensch. Er lebte sein Leben immer in vollen Zügen, widmete sich der Kunst und liebte seine Familie. Sein Tod ist ein großer Verlust, aber sein Vermächtnis wird für immer in unseren Herzen weiterleben. Der Geist der Schmerzüberwindung Trotz eines großen Verlusts ist die Familie Kelly entschlossen, den Schmerz zu überwinden und weiterhin im Geiste zu leben, den Angelo weitergegeben hat. Kira Kelly teilte mit, dass sie den von Angelo gewählten Weg fortsetzen wird und hofft, seinen Namen berühmt zu machen. Angelo war schon immer die größte Inspiration in meinem Leben. Ich werde den von ihnen gewählten Weg weiterhin gehen und sie stolz machen, sagte Kira. Fertig, aber nicht fertig. Der Tod von Angelo Kelly ist ein großer Verlust für seine Familie und die Künstlergemeinschaft. Was er jedoch zurücklässt, wird für immer existieren. Sein widerstandsfähiger Geist, seine Liebe zur Kunst und seine großartigen Beiträge werden in den Herzen derer, die ihn liebten, weiterleben. Lassen Sie uns gemeinsam an Angelo Kelly erinnern und ihn würdigen, einen talentierten Künstler und belastbaren Mann. Was er getan hat, die Werte, die er vermittelt hat, werden für uns immer eine Inspiration sein, besser und stärker zu leben und einander mehr zu lieben. Angelo Kelly wird für immer in unseren Herzen weiterleben. Letzte Dankbarkeit Das Leben und die Karriere von Angelo Kelly zeugen vom Geist der Beharrlichkeit, des Einsatzes und der Liebe zu Musik und Kunst. Er meisterte viele Herausforderungen, leistete unermüdlich seinen Beitrag und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen des Publikums. Wir werden ihn immer als leuchtenden Stern am künstlerischen Himmel in Erinnerung behalten. Senden wir unsere Gebete und besten Wünsche an Angelo Kelly und seine Familie. Ich hoffe, dass Sie genug Kraft haben, um diese Herausforderung zu meistern und Ihre verbleibenden Tage weiterhin sinnvoll und glücklich zu verbringen. Angelo Kelly bleibt, egal unter welchen Umständen, ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Liebe zur Kunst. Wir gehen dann rücklinks ab. Ah ja. Bin ich jetzt weg? Bin ich jetzt eingefroren hier? Ich höre dich auf jeden Fall noch. Na ja, okay. Dein Bild ist eingefroren. Ja, meine Kamera ist jetzt gerade hier ein bisschen am Meckern. Ich switch mal kurz hier. Ja, okay, das lädt. Ja, ich jetzt mal weiter. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass du den Hammer rücklinks abwirfst. Also bei mir über die linke Seite. Ja, und der fliegt dann halt irgendwo hin. Wie weit fliegt der denn? Also ich halte mit dem Schwenhammer. Was ist das für ein Hammer? Früher war es der Schmiedehammer. Jetzt ist es ein Rattanstab mit einer Kugel unten dran. Ah ja. Genau, also ich halte den deutschen Rekord mit dem Schwenhammer, der liegt bei 28 Meter. Ja.